Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Ultimate Chicken Horse. Eine wunderschöne Runde. Ich wünsche euch viel Spaß. Hey, wieso dürfen wir zweimal immer nehmen? Weil wenn nur zwei Leute sind, dann vertrete das, äh, wir halt drei Leute oder vier Leute. Ah, okay. Sonst hätten wir jetzt so wenig Items und dann würden die Runden viel länger dauern. Tschüssi. Ich hab mir so gedacht, ja, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja, ich seh's. Du siehst sehr leblos da drin aus. Oh Mann, ich bin ein Anderduk. Ja, du bist ein Wuff-Wuff, scheinbar. Ein kleiner Wuff-Wuff. Oh, wie war dein Tag bis heute? Oh, ganz gut. Ich bin heute mit Elex fertig geworden. Sind ja nur 70 Folgen. Nein! Tschüss. Scheiße. Jetzt wird er's schaffen. Ja. Ich hab's. Ich hab's. Ah! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hätte geheult. Komm schon. Ich hätte... Verkackes. Ja! Komm schon, ja! Nein! Nein, 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 nein! Komm schon! Ich glaube, den Trunk schaffe ich nicht, oder? Komm schon, verkackes. Ja! er hat er hat es verkackt ich bin eine der glücklichsten der welt ich bin so frei und hab's unmöglich gemacht ja ich merk's ich hab's mir gemerkt nein ich dachte ich hätte da holz hingemacht jetzt habe ich woanders hingemacht komm schon, verkack es ich hab vergessen, dass das Ding kommt also auf meinem Bildschirm hatte ich eigentlich kein Pfeil getroffen aber egal, ich freu mich trotzdem ja, es ist immer irgendwas mit der Internetverbindung oder so so, jetzt kommen wir hier auch nicht mehr oh, jetzt kommen wir ja nicht mehr hin ja toll wie soll das jetzt funktionieren? ich finde einen Weg B gedrückt halten B gedrückt halten um aufzugeben oder irgendeine Taste was kann man nicht über ein Pfeilchen hüpfen oh nein, ich dachte oh, das wollte ich wirklich nicht mit Absicht ich dachte, das ist wie so der andere Map dass man trotzdem noch rüberspringen kann das ist bei manchen Maps tja, hier wohnt nüsst Qui Ha 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 habe ich mit Absicht gemacht und es wäre eigentlich noch wie so ja 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 da komm noch mal nüsst ich ja komm noch mal n TH ... könntest ja welche richtig abziehen und sagen vor 100 euro bist du ein jahr so heißt das 50 euro gibt es ein jahr dauerhaft vip das wird es demnächst geben das soll ich mir da muss ich mit dem auto fahren weil autofahren bin ich schrecklich also dann fliegst du ja dann würde ich fliegen einfach weil bei mir ist das problem ich habe schon in dem bildschirm klein und macht entweder liegt am internet oder an meinem pc ist immer noch in die stadt reinfahre dann wird es halt für mich langsam nicht so spielbar deswegen hatte ich mich auch so gefreut dass jetzt eine neue map ist weil sonst hätte ich einfach nicht mehr spielen können ja die map ist ein bisschen ressourcen schon das stimmt ja aber das war es bei mir auch manchmal echt komisch in der stadt besonders finde ich in der stadt ist es bei mir der horror nein nein war das deine falle irgendwie werde ich besser dank dir werde ich immer besser weißt du das ja als ich das spiel gekauft habe habe ich mir gedacht ob das spiel eine fehlinvestition war weil ich so scheiße war habe inzwischen dank dir werde ich besser ich bin gut wenn ich das zum beispiel an dann hier ist ein geschenk hier ist ein geschenk hier kannst du was gewinnen okay wenn ich da zum beispiel an mario denke oder sowas da bin ich überall scheiße es war immer für mich so für mich war das immer so ein kindheit spiel halt für mich habe ich das immer nur in der kindheit gespielt und dann kam ich auch langsam mal an dem laptop ran und du bonze null wir haben es weitergekriegt ich will das geschenk ne da kommt ja ne welle ja tschüss ne ich habe doch die weltuhr bald schon was mir los ach man kann da einfach hoch geht sie gut nein hier geht es scheiße tschüss ne ach man kommt da einfach hoch was machst du denn da musst du überleben ja ja also liebe leute da draußen man kann nicht überleben wenn man ein zebra ist denn man kann nicht schwimmen zebras können nicht schwimmen das haben wir jetzt gelernt das ist ein pferd ich bin ein pferd ne das ist ein zebra ich bin ein pferd wirklich kannst du die streifen nicht zählen erzählen ein pferd ein pferd sie schreifen nicht zählen du Idiot das ist doch wohl ein bohrer das war eine abstehende nein nein oh hab ich mich beeilt nein ich bekomme trotzdem die Münze du cheater oh die krippewelle hat mich auch bekommen ich hab jetzt schnupfen hört man nicht das ich bin auch extra leise pf oh cool was denn nix ich würde mich beeilen hahahaha oh ein Block du bist ein Blockade Juchu ich bin gut bald nicht mehr. Ja, glaube ich auch. Oh. Du bist ja voll der Killer, ey. Das ist ja Unwahnsinn. Der Wahnsinn, ey. Es geht noch voll klar, was du da gebaut hast. Natürlich geht das nicht. Oh nein, scheiße. Es geht noch voll klar, ist kein Problem. Er ist der Cuter. Tod. Ich werde gemobbt. Mama, ich werde gemobbt. Das würde ich jetzt eigentlich nicht so glauben. Wer mobbt dich? Ja, so kommt man gar nicht mehr drüber dann. Mama, der Typ aus dem Internet mobbt nicht. Soll ich machen? Keine Ahnung. Kannst du wissen. Ey, meine Münze, die hat mir gar nichts getan. Ja, da wäre man eh nicht angekommen. Ja, wie soll man das denn schaffen? Gib die Mühe, dann geht das. Oh mein Gott, der Killing me. Nein, 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 nein. Ich hab den Ausweg. Ich hab den Ausweg. Ich hab den Ausweg. Ah, ich klebe! Nein! Och Gott. Ah! 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 Wie komm ich denn da jetzt dran? Das klebt ja so. Ja, mach gegen... Andere Seite, andere... Ah! Dann könntest du da rüber springen dann. Wo meinst du? Ja, du springst jetzt da drauf und jetzt wo du hinguckst springt. Ach so, du meinst von hier dann da rüber? Und von da springst du jetzt da rüber. Tja, nicht gewonnen, würd ich sagen. Warte, du hast ja gesagt, Alex ist jetzt vorbei, oder? Jawoll. Was kommt stattdessen? Keine Ahnung. Hast du ne Idee? Hm. Ähm. Ähm. Jetzt muss ich überlegen. Nein, wir machen es hier nicht, Leute. Es gibt es doch gar nicht. Tschüss. Geh weg! Scheiße, schaff ich dich. Geh weg! Nein! Und er baut sich noch ne Treppe dahin. Natürlich. Och Gott! Und, 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 und! Zack! Wer kann nicht spielen? Hm, was gibt's denn? Ja, also ich werd vielleicht Final Fantasy machen, mal gucken. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Ich... Ich kenn nur die App. Final Fantasy, mein lieber Freund, ist das Final Fantasy, äh, das Fantasy-Spiel überhaupt. Ja, ja. Ich kenn nur die App davon. Ne App? Es gibt auch ne Final Fantasy-App. Okay. Richtig komisch. Guck mal. Hä? Sind wir bekloppt? Man kann doch hier unten eigentlich durchrennen. Ja, da bin ich auch immer durchgelaufen. Hä, wirklich? Ja. Oh Gott! Nein! Achtung! Wasser! Ich kann nicht schwör, Papa! Nein! Nein! Yes! Ich bin gemobbt. Boah, ich hab's gut erst mal ein bisschen. Ich löse ich kein Trinken. Aber mit der Stellung. So wirklich. So ist gut. Oh, jetzt macht er wieder mit seinem Teleporter hier. Muss du durchgehen. Geh durch! Was machst du da? Mein schöner Teleporter. Der hätte er wenigstens einen Nutzen gehabt. Musst du durchgehen. Du musst unser Portal durchgehen. Warum sag ich dir das eigentlich? Nee, ich geh da nicht durch. Nee, ich geh da nicht durch. Ich hab das Gefühl, ich geh nicht. Ich hab das Gefühl, ich lande dann im Nichts. Nein! 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 Ich bin auch gestorben leider. Ah, herrlich. Einfach lustig. Einfach lustig. Hattest du eigentlich schon überlegt, Gary's Mod Sandbox Server zu machen? Wir hatten sogar ganz kurz einen. Wirklich? Ja. Habe ich das nicht bemerkt? Nee. Willst du einen, oder was? Wär schon cool, dann könnte man bei Discord sagen, kannst du dir mal angucken, dann guckst du auf deinen Server und könntest du es auf den Dark IP Server machen. Nein! Ja. Könnte die Community wenigstens auch ein paar Autos mitbauen. Autos mitbauen? Also Autos kann man auch bauen in Gary's Mod. Ach so, ja. Ja, gut. Ja, so ein Sandbox Server wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Warum brauche ich hier alles in die Ecke hin? Das weiß ich nicht. Es gibt noch einen Grund. Weißt du, was ich sag nein zu meiner Erfindung? Sag nein zu deiner Erfindung. Nein, danke. Lauf! 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 Ja, ich bin ein Hühnchen. Lauf! Ja! Ach komm, leck doch! Voll verreckt bist du! Ich guck mal, ob er online ist. Ich guck mal, ob er online ist. Danke, das hat Uni immer zu mir gesagt. Ja. Danke. Bitte ich ihn. Never say never. Renn Hund! Renn! Zebra. Zebra. Aber auch egal. Ja. Ja. Hey, ich dachte, das wäre ein Pferd. Meine Menschen! Scheiße! Ich hänge hier am Teleporter fest. Nein! Fuck! Mit dem ganzen Witzen gewinnt der Sack jetzt auch noch. Hey! 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 Ja, bleibt da stehen am besten. Ah! 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 Scheiße! Nein! Nein! Der gewinnt! Letzte Runde, ich gewinn eh! Joa, wollte ich gar nichts mehr machen. Der hat gewonnen. Der Knödel. Joa, hab ich! Bapp! Scheiße, ne? Jetzt... Nein! Ich will, dass mein Portal geht! Mein Portal ist kaputt! Oder nicht? Nein! Nein! Ha? Scheiße, ne? Guck mal, ich hänge hier am blöden Portal, ey! Das ist ein schwarzes Loch. Ach was. Ja. Hier ist alles so klebrig. Nein! Bring's zu Ende, Mann! Guck mich an! 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 Ich guck absichtlich weg! Guck mich an! 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 Werde ich das schaffen? Nein. Okay, tschüss. Ja! Du, das ist so easy. Du hättest nur einmal sch... Ach was! ...letzte Stufe gegangen, dann wärst du sofort hochgekommen. Ach was, nein! Ehrlich? Das ist schon eine Scheiße, aber... So, jetzt fickst du da 1-1, mein Freund. Da steht doch! Da stand, ich bin das ultimative Pferd. Weißt du noch, letztes Mal 1-1. Äh... Oh, stimmt, 1-1. Ja, und... Weißt du was? Äh... Und dann hatte ich gewonnen. Ja. Und dann... Nicht geh in mein Haus, nicht geh in mein Haus, tschüss. Nein. Ähm... Hast du meine Nachricht eigentlich schon gelesen auf den HCP-Bucks? Keine Ahnung. Ähm... Warum funktioniert das eigentlich noch nicht mit den... ...mit den Ausziehen? Ja, weil... Wenn du eine Wohnung mietest, bezahlst du ja die Miete. Und wenn du dann gemietet hast, kannst du erst zum Monatsende theoretisch rausziehen. Verstehst du? Weil es gibt ja die alte Fabrik und manche wissen gar nicht das. Also wir hatten uns das mal angeguckt. Mein Freund Sponjir halt, der hat... ...Brecher. Da hat sich das mal aufgeknackt, weil wir es angucken wollten. Weil man kann es sich ja nicht mehr angucken. Ähm... Da haben wir halt gesagt, ja, gucken wir uns das mal an. Und manche wussten sogar gar nicht... Wir haben diese... Manche sogar auf den Zorn gefragt. Ähm... Wisst ihr, dass man oben bei der alten Fabrik, also bei den MTL, das große Gebäude... Ähm... Oben rein gehen kann die meisten wussten das einfach nicht. Und da haben wir gesagt... Wäre ja perfekt für Medkoch oder so. Ja... Hat was. Ist ein schönes Verbrecher-Ding. Ja, deswegen wollten wir das auch haben. Ich verstehe. Konnten wir leider... ... den Vertrag gemacht habe. Ich denke mir immer, ja, das Haus ist pur und dann haben wir keinen Platz mehr. Nein! Aha, also... Das dreht sich, okay. Nein! Ich habe hier irgendwelche Nüsse neben mir liegen. Das ist ein leichtes Level. Das ist voll leicht. Ja, noch. Ich habe irgendeinen Code. Was ist das gut? Ja. Nein, ich wollte auch die Münzen noch. Geil. Geil, 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 geil. Hier kommst du nicht so leicht ran. Ist mir egal. Nein! Mir geht es nur um eine Sache. James Bond 007. Bitte was für den... Nein! Hose! Hose! Ich habe einen neuen Charakter. Das ist doch schön. Ja. Kein Gewinner. Keiner gewinnt. Kein Gewinner. Kein Gewinner. Kein Gewinn. Ach nö. Und ist ja langweilig. Nein! Hättest du deine Tür wenigstens auch gleich mal mit weg machen können, ja? Nein! Doch. Wenn du meine Münzen weg machst, mache ich deine Tür weg. So. Viel Spaß. Die Münze ist mir egal, weil man da eh nicht dran kommt. Na klar kommt man da ran. Ja! Ach, da oben vor sind ja die Stacheln. Ach. 3 Aventiletto. Ich glaube, man schafft das. Ja, mach doch. Ich probier's auch. Okay. Ach, das blöde Ziel ist im Weg. Jaja, genau, das Ziel ist im Weg. Nee, ich wollte so an die Seite... Ja, ja, ja. Ich wollte auch viel. ...gesprochen. Ba, ba, ba. Hey, das erinnert mich an das letzte Mal. Als ich gewonnen hatte. Oh, ne Münze. Oh, ne Münze. Ich bin gespannt. Ich will die Münze! Oh, hu. Oh, hu. Ich glaube, du flieg runter. Oh, der weiß, wie man sich duckt. Jaaa, ich weiß, wie man sich duckt. Hey, du hast das extra auf den Weg gepackt, oder? Was? Och, ist er ein Langweiler. Jaaa, ich will gewinnen. Und wenn ich langweilig dabei bin, ist mir egal. Ich will gewinnen. Ne, du winst nicht. Du gewinst nicht. Nein. Ich will hier keinen Gewinner sehen. Nein. Ich will hier keinen Gewinner sehen. Nein, Gewinner gibt's hier nicht. Gewinner will ich nicht sehen. Er will keinen Gewinner! Oh, das ist aber jetzt echt heftig. Oh, das schafft man gar nicht mehr. Nein, doch. Oh! Oder? Scheiße. Das ist okay. Verdammt. 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 Ich hab das nicht umsonst deinem gemacht. Was machst du denn? Du hättest gewinnen können. Ja, ich gönne mal den Sieg. Oh, das ist aber nett von dir. Nein. Wolltest du das haben, oder was? Ja. Oh. Oh. Und ich auch. Oh, das war vielleicht nicht so klug. Na ja. Gut. Nein. Ähm. Scheiße, das ist doch kacke jetzt. Oh ja. Soll ich es unmöglich machen? Dann kannst du die gewinnen. Schauen wir mal. Da kommt man da gar nicht mehr ran. Oder doch? Ha. Ha. Ne. Oh. Ja, ich bin rausgekommen. Du hättest noch nie etwas. Gib es zu. So. So, reißt es. Nein. Oh je. Was sind das? Kanone, wie lustig. Ich bin jetzt da, den Weg. Ich bin jetzt den Weg. welchen Weg? Bei mir bist du tot. Hä. Ich bin. Ich bin. Ich bin tot, ja, hast recht. Ich bin neben dir aber auch egal. Ja, 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 genau. Ich bin neben dir. Ja, ich bin auch neben dir. Ich seh dich. Geh ins Portal schnell. Ha, ja, ja. Der Portal ist der einzigster Ausweg. Das glaube ich nicht. Na, ich kick dich! Ich kick dich jetzt! Photoshop das andere ja mach das ja ich hab den Photoshop leider ich war aber auf Photoshop ja gut kannst ja auch was anderes holen oh da ist ein Dings ja ich sag doch ich hab einen Hasen bekommen tja jetzt bin ich der Hase hallo danke für den Hasen ich wollte schon immer ein Hase sein ich wollte schon immer ein Eichhörnchen sagen du bist ein Eichhörnchen oh wie süß bist du ein liebes Eichhörnchen oder ein böses Eichhörnchen ich bin ein Eichhörnchen der das gern Musik mag ich gebe dir jetzt noch eine Revanche um auf unerschönen zu machen hast du mich grad erkannt schickt der Body and all it out na ha ha das ist ja nett ich bin loader minds loader minds in house gestern bin ich mit meinem neuen Dodge Charger durch die Stadt gefahren und hab gesucht so ein schickt der Audi ähm schickt die Body and all it out und dann hat mich die Polizei eingehalten natürlich würdest du auch bald ein Radio geben im Auto meinst du bei Gary's Mod ja wenn du mir das Geld gibst für die Mod gerne ja ich würde mir dann schon VIP holen ja siehste dann holst du die VIP und ich hol die Mod ne du holst eine Fahrrad Mod dann eine Fahrrad Mod ja Fahrrad Mod ist schon geil da kann man einfach mit dem Fahrrad rum fahren oder irgendwas richtig geiles im Sonnen ein Einhorn ja klar kein Problem ein Einhorn das fliegt ein fliegendes Einhorn ein fliegendes Einhorn hätte gern ja ein fliegendes Einhorn für mindestens sieben Millionen oder acht Millionen das geht auch oh heiß ach Mann ja ich glaub doch mal shut the Body and all out nein oh das glaub ich tat weh ja ich sterb nicht wieso nicht doch du bist tot jetzt ne ich fall ja nicht in die Lava ich bin tot aber ich fall nicht in die Lava jetzt hab ich ne Idee aber da kommt man gar nicht hoch ja kommt man doch nicht musst du entweder aufgeben oder sterben aber man kommt hoch na da kommt man nicht hoch doch wir lassen das mal so wie es ist okay wir lassen das mal so wie es ist aha und wie lang soll man warten dass du soweit bist du nimmst hier eine Sache und packst es hier in die Ecke du nimmst hier eine Sache und packst es hier in die Ecke ja die Münze ist ja kein Ding Knödelbiss ich bin der Pinsch ich mag Klinzer ha Mann die so blöde Ketten ich mach bei den nächsten Socken ist auch rap-mäßig wegen Gary Smot an ehrlich ja not bad mutig man kann nicht ja wegen alles anmelden auch wegen einen Server ne dann ja natürlich ich weiß nicht ob das dumm ist oder ob das lustig ist was ich würd mich für den für den Dackelpissower anmelden ja mach doch ne das wäre irgendwie unnütz so oh nein er hat sie bekommen ich natürlich neiiiinn er hat sie bekommen ach ich bin der Münzenmeister ich bin der Münzenmeister nein ich hasse Münzen kann ja auch sein die Münzen sind toll ähm ich mach mal kurz etwas natürlich machst du das ähm ähm die 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 das kann man das machen die 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 ich mache was einstellen in den Einstellungen das klingt nicht gut ich mache ich weiß es nicht was ganz lustig ist das glaube ich nicht doch für mich ist es lustig für dich ich mache nämlich die münzen aufstellen auch mal das konnte man gar nicht im spiel das konnte man nur wenn man in der lobby sind ja mache ich nicht die tipps sie sind schon ausgeschaltet zwar absicht ich habe gewonnen hast du gar nicht die Runde ist mein du kannst nicht mal was machen nee nächstes mal meldet mich wegen sandbox und das wird auch lustig ich habe mir Spaß haben sehr viel Spaß ganz gut das geht nicht nein das ist ja dumm das steht zuerst für mich, dankeschön bitteschön das habe ich sehr gerne für dich gemacht weil ich jetzt sehr zu stets ja, ich tue alles für meine Zuschauer komm, verkack es, jawohl ich hieb dir recht ich sag jetzt nicht das böse Wort mit B deine Hand tut weh warum nimmst du dir nicht die Bombe? bist du krank, Saro? ne, ich will Münzen oh man, oh man, oh man hattest du eigentlich schon mal mit Siali wie in Who's Your Daddy gemacht nein scheiße er ist halt so er ist halt so er ist halt so ein Däbel ich bin vorsichtig was du sagst ja, toll das ist ja lustig ja, B gedrückt halten muss man halt mal B gedrückt ja, genau ich will dir helfen halt B gedrückt ich halte nicht B gedrückt halt du B gedrückt das mache ich jetzt nach dir ich verspreche, ich schwöre ah, so ist einfacher so, jetzt ist es fair ich drücke nicht vor dir B er badet in Laber ich drücke erst B wenn du B drückst warum macht das Scheißding nicht einfach weg, Mann wie soll man denn da durchkommen gar nicht will auch nicht, dass du gewinnst ich gewinne aber so schon so langsam ne, oder ja das gibt's doch nicht, ey guck ich halte B gedrückt ja, ja oh, ok ja gut ach Mensch jetzt aber mach deinen ganzen Scheiß da weg man schafft es nicht man schafft es nicht jetzt mach ich die Lösungsmöglichkeiten weg ja, wie willst du das jetzt machen? ich find schon einen Weg lass mal den Pro ran, jo ja, ich sehs der Profi hat gewonnen mach mal weh drücken, dann guckst du nach oben wirklich, dann wird deine Sicht langsam größer irgendwann, oder? oder ist das nur in der Lobby? ich hab keinen Plan ich hab keinen Plan es geht nur nach oben du musst auf das Ding, das geht ja, ja wenn ich da hinkomme, dann zeige ich dir, dass das geht ja, ich glaub dir ja, ich glaub dir jedes Wort was machst du jetzt? was machst du jetzt? hä, Shadow Fight halt hä, seit wann hat Shadow Fight bitteschön? ach so langweiler nix langweiler hä? ich muss mal schnell was gucken Shadow Fight hat sie noch nie ja es musste sich erst hä, seit wann hat der Gary Smod oder hat der schon mega lange Gary Smod und ich hab noch nie gemerkt NOOOOOIN Scheiße gelaufen, ne? Obst du warte, ich guck mal schnell was ich bin gleich wieder da ey, jetzt bin ich auch noch auf Steam geschworen ja vielleicht spielst du mal Gary Smod Sandbox das wäre auch lustig ja Game Smod Sandbox versucht Auto zu bauen hm da kommt man eh nicht durch also mal ist es so scheiße, ne? wenn du klug gewesen wär wenn du klug gewesen wär, hättest du dir dieses Drehding genommen das hättest ja mach auch hier hin schick dir Bayern doch laut ach ja dann kann man halt die gleiche drüber schwingen ich geb mir nie zufrieden damit ja ey, hast du ein Problem? hast du ein Problem mit mir? ich glaube er hat ein Problem mit dir, ja ja der kann's nicht mithalten, ne? kannst du nicht mithalten? ha? kannst du nicht mithalten? bieb ich geb nie ach Mist ich geb nie euuuuh uuuuh wie spät ist das eigentlich? Ok 4,45 F 2 Runden und dann hab ich gewonnen Eieiei Stimmt Du arme Ja spring das weg hier Ich platz ihn mal jetzt als erstes Sehr gut Das hast du fein gemacht Mann, du guckst dich schon so wirklich an Oh Kannst du den Volker gleich rüberspringen Oh nein, ich dachte es geht noch Oh ja Es geht aber Warum freu ich mich Das ist eigentlich schlecht für mich Du musst übertrieben Da falle ich ja nach unten Und du bist ja in die Lava gefallen Ja, ich wollte halt ein warmes Bad War alles Absicht War alles Absicht Ja Oh bitte fall runter Oh Gott Ich beende das jetzt Nein Ich kick dich Ich kick dich Sowieso noch eine Runde vorbei Deine ist eh wursch Xarok, nein Ich werf dich raus Nein Ja, ja, ja Soll ich dich rauswerfen Soll ich dich rauswerfen? Morg doch Tu dir keinen Swung an Genau Wenn du dich klick wie morst Sie fliegt aber Jetzt gewinnt Ich hätte so oder so gewonnen Du kannst ja game Du spielst ja auch schon wahrscheinlich ein bisschen länger Keine Ahnung Mal gucken Wie viele Stunden habe ich denn in diesem Spiel Nein, nicht in allgemein den Spiel Du bist ja schon erfahren mit der Tasse Ja, so Ja, das kann es vielleicht sein Egal, ich habe trotzdem gewonnen Zwei zu eins für mich, mein lieber Freund Hätte ich nie erwartet Autsch Tieren Mit dir macht dieses Spiel echt Spaß Bist du noch da? Ich weine Du hast dich gut geschlagen So, der liebe Xauke ist jetzt leider raus Ja, ja, ja Dann bis zum nächsten Mal Ja War echt lustig, vielen Dank Ich finde es toll, dass es noch welche gibt, die dieses Spiel spielen wollen Ja, gibt eigentlich kaum welche noch Ja, die meisten Das Spiel spielen Ja, das stimmt Auf YouTube findet man das eigentlich kaum noch Ja, das ist so Außer Paluten und so macht das manchmal Ich finde es kaum Leute, die das machen 100 machen das Ja Ich finde das eigentlich traurig für das Spiel Ich finde es sehr spaßig Ja, es ist echt lustig Es macht es immer Lässt ein zwar ein bisschen verzweifeln manchmal Aber es ist ganz lustig Ja Gut, so Ja, dann Vielen Dank Leute, dass ihr zugeschaut habt Ich hoffe es euch gefallen Wenn ihr mal gegen mich antreten will Dann soll er sich gerne melden Und wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao